Hi Leute, ich bin gerade noch in München. Wir haben hier die letzten Tage geprobt und ich fliege gleich aber nach Köln und nehme euch mit. Schaut euch alles an. Ich freue mich schon riesig auf Donnerstag. Die Regina hat uns gerade eine Studiefurung gegeben und ich sag schon, du bist meine WDR-Mamilie. Ja, so ein Stück weit, ne? Obwohl ich da irgendwie immer dachte mit 37, aber ja, das ist meine WDR-Mamilie. Warum? Das Alter spielt keine Rolle. In der Liebe und im Leben. So gehe ich gleich ins Interview. Ich dachte, ich setze einfach mal einen neuen Trend. Was haltet ihr dafür? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.